Warten Sie auf jemanden, der mit dem Flug 457 ankommen sollte? Würden Sie uns bitte folgen? Wir klären Sie sofort auf. Bitte folgen Sie uns. Als meine Mutter starb, wollte ich unbedingt ein Kind. Das ist drei Jahre her. Wir waren damals seit sieben Jahren zusammen, da könnte man doch schon langsam an sowas denken, nicht? Er war 20 Jahre älter und verheiratet, hatte aber keine Kinder. Ich fühlte mich auserwählt und dieses Gefühl reichte. Eine ganze Weile lang, bis ich ihn dann doch hoffnungsvoll, eifersüchtig und leidenschaftlich liebte. Die Menschen starren mich stumm und feindselig an. Der ältere Mann baut sich vor mir auf, verschränkt die Arme und verlangt Auskunft. Jetzt sofort. Ja, es gibt ein Problem.